Liebe Mitglieder der JLU, liebe Studierende und liebe Beschäftigte, zum Abschluss dieses Wintersemesters 2022-2023 möchte ich als Präsident der Universität noch einige persönliche Worte an Sie alle richten. Es geht ein Semester zu Ende, das uns nachhaltig prägt, das uns lange nachdenklich stimmen wird und das uns als Gesellschaft erneut ganz besonders herausgefordert hat. Im letzten Jahr hat sich für uns alle viel verändert, weil wir wieder mit unerwarteten Krisen konfrontiert wurden, die uns allen viel abverlangt haben. Eine Herausforderung, aus der wir als Universität, wie ich hoffe, auch gestärkt hervortreten können. Seit der Corona-Pandemie und seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine mussten wir viele vermeintlich sichere Ansichten und Überzeugungen infrage stellen. Wir wurden damit konfrontiert, dass Gesundheit, Stabilität, Sicherheit und Frieden keine Selbstverständlichkeiten sind. Wir haben es dagegen mit vielen Unberechenbarkeiten zu tun, die Ängste verursachen können. Besonders in diesen Krisenzeiten kommt es deshalb darauf an, den sozialen Zusammenhalt, unseren Zusammenhalt zu stärken. Der 24. Februar, an dem sich in Kürze der Kriegsbeginn bereits zum ersten Mal jährt, hält uns das mehr als deutlich vor Augen. Und so gilt unser Mitgefühl auch weiterhin den Menschen in der Ukraine, die täglich unter den überaus drastischen Folgen des Krieges in ihrem Land leiden müssen. Und wir stellen uns auch zukünftig an die Seite unserer ukrainischen Partner und Studierenden hier vor Ort und werden sie unterstützen. Unterdessen haben sich die weitreichenden Konsequenzen des Krieges aber auch in unseren Alltag gedrängt. Mit einer bedrohlichen Energiekrise, mit steigenden Preisen und mit dem Druck zum Sparen. Wer hätte sich all das ausmalen können? In dieser unsicheren Lage hat die Universität Beispielhaftes geleistet. Ich sage Ihnen Danke im Namen des gesamten Präsidiums für Ihr großartiges Engagement, das dazu beigetragen hat, dass besonders die Energiesparmaßnahmen an der JLU ihre Wirkung zeigen. Uns als Hochschulleitung ist bewusst, dass besonders Sie, die Studierenden, eine mehrfache Belastung erfahren, um ihr Studium in diesen Zeiten erfolgreich meistern zu können und gleichzeitig mit den Folgen der Pandemie ebenso wie mit ungeahnten Mehrkosten umzugehen. Das Wintersemester hat zu den Krisen im vergangenen Jahr aber auch ein Kontrastprogramm geboten, das Hoffnung weckt. Sehr viele von uns sehnten sich nach einem Ende der Pandemie und nach einer Rückkehr zu mehr Normalität und damit verbunden war der Wunsch nach Austausch sowie nach mehr gemeinsamer Zeit. Einen guten Teil dieser Hoffnung können wir an der JLU inzwischen wieder leben. Die Begegnung ist am Campus wieder in seiner ganzen Vielfältigkeit möglich. Wir können vor Ort, wenn auch weiterhin mit gebotener Rücksicht, doch wieder weitgehend ohne Einschränkungen von Angesicht zu Angesicht zusammenkommen, anregende Gespräche führen, können gemeinsam forschen, lehren, lernen, diskutieren und auch wieder feiern. Die Einweihung des Lungenforschungsneubaus, das 15-jährige Jubiläum der Refugee Law Clinic, der akademische Festakt oder der Neujahrsempfang für die Verwaltung sind nur als einige erfreuliche Beispiele zu nennen, die wir wieder gemeinsam zelebrieren konnten. Darüber hinaus gab es unzählige weitere Veranstaltungen der Fachbereiche in Forschung, Lehre und Transfer, die ebenfalls wieder in Präsenz und darüber hinaus in hybriden Formaten oder auch mit Online-Rahmenprogrammen stattfinden konnten. Letztere bieten die Perspektive auch einer breiten interessierten Öffentlichkeit, ebenso wie Partnerinnen und Partner unserer Universität, spannende Einblicke in unsere Studienangebote, Forschungsschwerpunkte und in unsere Forschungserfolge zu bewähren. Dies konnten jüngst unter anderem die gemeinsamen Hochschulinformationstage der JLU und der THM eindrücklich zeigen. Denn trotz der schwierigen Herausforderungen, die uns über den Herbst und den Winter begleitet haben, war das zurückliegende Semester für die JLU in Forschung, Studium, Lehre und Transfer ein sehr erfolgreiches Semester. So wurden eine Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ebenso wie Lehrende und Studierende, für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Mehrere große Verbundprojekte konnten verlängert oder eingeworben werden. Eine Reihe von innovativen Studienangeboten wurden neu gestaltet und bedeutende Beiträge zur gesellschaftlichen Entwicklung geleistet. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich für Ihren Einsatz. Lassen Sie uns gemeinsam so weitermachen. Ich wünsche Ihnen nun einen guten und gesunden Abschluss dieses Wintersemesters und ich freue mich auf einen erfolgreichen Start mit Ihnen allen in das kommende Sommersemester 2023.